Die beiden Wanderer Berg und Tal begegnen sich nicht, wohl aber die Menschenkinder, zumal Gute und Böse. So kam auch einmal ein Schuster und ein Schneider auf der Wanderschaft zusammen. Der Schneider war ein kleiner, hübscher Kerl und war immer lustig und guter Dinge. Er sah den Schuster von der anderen Seite herankommen und da er an seinem Felleisen merkte, was für ein Handwerk er trieb, rief er ihm ein Spottliedchen zu. »Nähe mir die Naht, ziehe mir den Draht, streich ihn rechts und links mit Pech, schlag, schlag mir fest den Zweck!« Der Schuster aber konnte keinen Spaß vertragen. Er verzog ein Gesicht, als wenn er Essig getrunken hätte, und machte Miene, das Schneiderlein am Kragen zu packen. Der kleine Kerl fing aber an zu lachen, reichte ihm seine Flasche und sprach, »Es ist nicht bös gemeint. Trink einmal und schluck die Galle hinunter!« Der Schuster tat einen gewaltigen Schluck und das Gewitter auf seinem Gesicht fing an, sich zu verziehen. Er gab dem Schneider die Flasche zurück und sprach, »Ich habe ihr ordentlich zugesprochen. Man sagt wohl vom vielen Trinken, aber nicht vom großen Durst. Wollen wir zusammen wandern?« »Mir ist's recht,« antwortete der Schneider. »Wenn du nur Lust hast, in eine große Stadt zu gehen, wo es nicht an Arbeit fehlt.« »Gerade dahin wollte ich auch,« antwortete der Schuster. »In einem kleinen Nest ist nichts zu verdienen, und auf dem Lande gehen die Leute lieber barfuß.« Sie wanderten also zusammen weiter und setzten immer einen Fuß vor den anderen, wie die Wiesel im Schnee. Zeit genug hatten sie beide, aber wenig zu beißen und zu brechen. Wenn sie in eine Stadt kamen, so gingen sie umher und grüßten das Handwerk, und weil das Schneiderlein so frisch und munter aussah und so hübsche rote Backen hatte, so gab ihm jeder gerne. Und wenn das Glück gut war, so gab ihm die Meistertochter unter der Haustüre auch noch einen Kuss auf den Weg. Wenn er mit dem Schuster wieder zusammentraf, so hatte er immer mehr in seinem Bündel. Der grießgrimmige Schuster schnitt dann ein schiefes Gesicht und meinte, »Je größer der Schelm, je größer das Glück!« Aber der Schneider fing an zu lachen und zu singen und teilte alles, was er bekam mit seinem Kameraden. Klingelten nur ein paar Groschen in seiner Tasche, so ließ er auftragen, schlug er vor Freude auf den Tisch, dass die Gläser tanzten, und es hieß bei ihm »Leicht verdient« und »Leicht vertan«. Als sie eine Zeit lang gewandert waren, kamen sie an einen großen Wald, durch welchen der Weg nach der Königsstadt ging. Es führten aber zwei Fußsteige hindurch, davon war der eine sieben Tage lang, der andere nur zwei. Aber niemand von ihnen wusste, welcher der kürzere Weg war. Die zwei Wanderer setzten sich unter einen Eichenbaum und ratschlagten, wie sie sich vorsehen und für wie viele Tage sie Brot mitnehmen wollten. Der Schuster sagte, »Man muss weiterdenken, als man geht. Ich will für sieben Tage Brot mitnehmen.« »Was?« sagte der Schneider. »Für sieben Tage Brot auf dem Rücken schleppen, wie ein Lasttier und sich nicht umschauen? Na, ich halte mich an Gott und kehre mich an nichts. Das Geld, das ich in der Tasche habe, das ist im Sommer so gut als im Winter, aber das Brot wird in der heißen Zeit trocken und obendrein schimmelig. Mein Rock geht auch nicht länger als auf die Knöchel. Warum sollen wir den richtigen Weg nicht finden? Für zwei Tage Brot und damit gut.« Es kaufte sich also ein jeder sein Brot und dann ging sie auf gut Glück in den Wald hinein. In dem Wald war es so still wie in einer Kirche. Kein Wind wehte, kein Bach rauschte, kein Vogelsang und durch die dicht belaubten Äste drang kein Sonnenstrahl. Der Schuster sprach kein Wort, ihn drückte das schwere Brot auf dem Rücken, das ihm der Schweiß über sein verdrießliches und finsteres Gesicht herabfloß. Der Schneider aber war ganz munter, sprang daher, pfiff auf einem Blatt oder sang ein Liedchen und dachte, »Nach Gott im Himmel muss ich freuen, dass ich so lustig bin.« Zwei Tage ging das sofort. Aber als am dritten Tag der Wald kein Ende nehmen wollte und der Schneider sein Brot aufgegessen hatte, so fiel ihm das Herz doch eine Elle tiefer herab. Indessen verlor er nicht den Mut, sondern verließ sich auf Gott und auf sein Glück. Den dritten Tag legte er sich abends hungrig unter einen Baum und stieg den anderen Morgen hungrig wieder auf. Und so ging es auch den vierten Tag. Und wenn der Schuster sich auf einen umgestürzten Baum setzte und seine Mahlzeit verzehrte, so blieb dem Schneider nichts als das Zusehen. Wart er um ein Stückchen Brot, so lachte der andere höhnisch und sagte, »Du bist immer so lustig gewesen, da kannst du auch einmal versuchen, wie es tut, wenn man unlustig ist. Die Vögel, die morgens zu früh singen, die stößt abends der Habicht.« Er war so kurz, er war ohne Barmherzigkeit. Aber am fünften Morgen konnte der arme Schneider nicht mehr aufstehen und von Mattigkeit kaum ein Wort herausbringen. Die Backen waren ihm weiß und die Augen rot. Da sagte der Schuster zu ihm, »Ich will dir heute ein Stück Brot geben, aber dafür will ich dir dein rechtes Auge ausstechen.« Der unglückliche Schneider, der doch gerne sein Leben erhalten wollte, konnte sich nicht anders helfen. Er weinte noch einmal mit beiden Augen und hielt sie dann hin. Und der Schuster, der ein Herz von Stein hatte, stach ihm mit einem scharfen Messer das rechte Auge aus. Dem Schneider kam in den Sinn, was ihm sonst seine Mutter gesagt hatte, wenn er in der Speisekammer genascht hatte. »Essen, so viel man mag, und leiden, was man muss.« Als er sein teuer bezahltes Brot verzehrt hatte, machte er sich wieder auf die Beine, vergaß sein Unglück und tröstete sich damit, dass er mit einem Auge noch immer genug sehen könnte. Aber am sechsten Tag meldete sich der Hunger aufs Neue und zehrte ihm fast das Herz auf. Er fiel abends bei einem Baum nieder und am siebenten Morgen konnte er sich vor Mattigkeit nicht erheben und der Tod saß ihm im Nacken. Da sagte der Schuster, »Ich will Barmherzigkeit ausüben und dir nochmals Brot geben. Umsonst bekommst du es nicht. Ich steche dir dafür das andere Auge auch noch aus.« Da erkannte der Schneider sein leichtsinniges Leben, bat den lieben Gott um Verzeihung und sprach, »Tue, was du musst. Ich will leiden, was ich muss. Aber bedenke, dass unser Herrgott nicht jeden Augenblick richtet und dass eine andere Stunde kommt, wo die böse Tat vergolten wird, die du an mir verübst und die ich nicht an dir verdient habe. Ich habe in guten Tagen mit dir geteilt, was ich hatte. Mein Handwerk ist derart, das Stich muss Stich vertreiben. Wenn ich keine Augen mehr habe und nicht mehr nähen kann, so muss ich betteln gehen. »Lass mich nur, wenn ich blind bin, hier nicht allein liegen, sonst muss ich verschmachten.« Der Schuster aber, der Gott aus seinem Herzen vertrieben hatte, nahm das Messer und stach ihm noch das linke Auge aus. Dann gab er ihm ein Stück Brot zu essen, reichte ihm einen Stock und führte ihn hinter sich her. Als die Sonne unterging, kam sie aus dem Wald heraus und vor dem Wald auf dem Felde stand ein Galgen. Dahin leitete der Schuster den blinden Schneider, ließ ihn dann liegen und ging seiner Wege. Vor Müdigkeit, Schmerz und Hunger schlief der Unglückliche ein und schlief die ganze Nacht. Als der Tag dämmerte, erwachte er, wusste aber nicht, wo er lag. An dem Galgen hingen zwei arme Sünder und auf dem Kopf eines jeden saß eine Krähe. Da fing der eine an zu sprechen. »Brüder, wachst du?« »Ja, ich mache«, antwortete der Zweite. »So will ich dir etwas sagen«, fing der Erste wieder an. »Der Tau, der heute Nacht über uns vom Galgen abgefallen ist, »der gibt jedem, der sich damit wäscht, die Augen wieder.« »Wenn das die Blinden wüssten, wie mancher könnte sein Gesicht wiederhaben, der nicht glaubt, dass all das möglich ist.« Als der Schneider das hörte, nahm er sein Taschentuch, drückte es auf das Gras und, als es mit dem Tau befeuchtet war, wusch er seine Augenhöhlen damit. Alsbald ging in Erfüllung, was der Gehengte gesagt hatte, und ein paar frische und gesunde Augen füllten die Höhlen. Es dauerte nicht lange, so sah der Schneider die Sonne hinter den Bergen aufsteigen. Vor ihm in der Ebene lag die große Königsstadt mit ihren prächtigen Toren und hundert Türmen und die goldenen Knöpfe und Kreuze, die sie auf den Spitzen hatten, fing ganz so glühen. Er unterschied jedes Blatt an den Bäumen. Er blickte die Vögel, die vorbeiflogen, und die Mücken, die in der Luft tanzten. Er holte seine Nähnadel aus der Tasche und als er den Zwirn einfädeln konnte, so gut, als er es je gekonnt hatte, so sprang sein Herz vor Freude. Er warf sich auf seine Knie, dankte Gott für die erwiesene Gnade und sprach seinen Morgensegen. Er vergaß auch nicht für die armen Sünder zu bitten, die da hingen wie der Schwengel in der Glocke und die der Wind aneinander schlug. Dann nahm er seinen Bündel auf den Rücken, vergaß bald das ausgestandene Herzeleid und ging unter Singen und Pfeifen weiter. Das Erste, was ihm begegnete, war ein braunes Füllen, das frei im Felde herumsprang. Er packte es an der Mähne, wollte sich aufschwingen und in die Stadt reiten. Das Füllen aber bat um seine Freiheit. »Ich bin noch zu jung«, sprach es. »Auch ein leichter Schneider wie du bricht mir den Rücken in zwei. Lass mich laufen, bis ich stark geworden bin. Es kommt vielleicht eine Zeit, wo ich dir's lohnen kann.« »Lauf hin«, sagte der Schneider. »Ich sehe, du bist auch so ein Spring ins Feld.« Er gab ihm noch einen Hieb mit der Gärte über den Rücken, dass es vor Freude mit den Hinterbeinen ausschlug und dann über Hecken und Gräben setzte und in das Feld hineinjagte. Aber das Schneiderlein hatte seit gestern nichts gegessen. »Die Sonne«, sprach er, »füllt mir zwar die Augen, aber das Brot nicht in den Mund. Das Erste, was mir begegnet und halbwegs genießbar ist, das muss herhalten.« In dem schritt ein Storch ganz ernsthaft über die Wiese daher. »Halt, halt«, rief der Schneider und packte ihn am Bein. »Ich weiß nicht, ob du zu genießen bist, aber mein Hunger erlaubt mir keine lange Wahl. Ich muss dir den Kopf abschneiden und dich braten.« »Tue das nicht«, antwortete der Storch. »Ich bin ein heiliger Vogel, dem niemand ein Leid zufügt und der den Menschen großen Nutzen bringt. Lässt du mir mein Leben, so kann ich dir's ein andermal vergelten.« »Na, so zieh ab, fetter Langbein«, sagte der Schneider. Der Storch erhob sich, ließ die langen Beine hängen und flog gemächlich davon. »Tja, was soll daraus werden?« sagte der Schneider zu sich selbst. »Mein Hunger wird immer größer und mein Magen immer leerer. Was mir jetzt in den Weg kommt, das ist verloren.« In dem sah er auf einem Teich ein paar junge Enten daher schwimmen. »Hier kommt ja wie gerufen«, sagte er, packte eine davon und wollte ihr den Hals umdrehen. Da fing eine alte Ente, die in dem Schilf steckte, laut an zu kreischen, schwamm mit aufgesperrtem Schnabel herbei und bat ihn flehentlich, sich ihrer lieben Kinder zu erbarmen. »Denkst du nicht«, sagte sie, »wie deine Mutter jammern würde, wenn dich einer wegholen und dir den gar ausmachen wollte.« »Ach, sei nur still«, sagte der gutmütige Schneider. »Du sollst deine Kinder behalten.« und setzte die Gefangene wieder ins Wasser. Als er sich umkehrte, stand er vor einem alten Baum, der halb hohl war, und sah die wilden Bienen aus und einfliegen. »Da finde ich gleich den Lohn für meine gute Tat«, sagte der Schneider. »Der Honig wird mich laben.« Aber der Weisel kam heraus, drohte und sprach, »Wenn du mein Volk anrührst und mein Nest zerstörst, so sollen dir unsere Stacheln wie zehntausend glühende Nadeln in die Haut fahren. Lässt du uns aber in Ruhe und gehst deiner Wege, so wollen wir dir ein andermal dafür einen Dienst leisten.« Das Schneiderlein sah, dass auch hier nichts anzufangen war. »Drei Schüsseln leer«, sagte er, »und auf der vierten nichts. Das ist eine schlechte Mahlzeit.« Und so schleppte er sich mit seinem ausgehungerten Magen in die Stadt, und da es dort eben zum Mittag läutete, so war für ihn im Gasthaus schon gekocht und er konnte sich gleich zu Tisch setzen. Als er satt war, sagte er, »Nun will ich auch arbeiten.« Und er ging in der Stadt umher, suchte einen Meister und fand auch bald ein gutes Unterkommen. Da er aber sein Handwerk von Grund aus gelernt hatte, so dauerte es nicht lange und er ward berühmt, und jeder wollte seinen neuen Rock von dem kleinen Schneider gemacht haben. Alle Tage nahm sein Ansehen zu. »Ich kann in meiner Kunst nicht weiterkommen«, sprach er, »und doch geht's jeden Tag besser.« Und endlich bestellte ihn der König zu seinem Hofschneider. Aber wie es in der Welt geht, an demselben Tag war sein ehemaliger Kamerad, der Schuster, auch Hofschuster geworden. Als dieser den Schneider erblickte und sah, dass er wieder zwei gesunde Augen hatte, so peinigte ihn das Gewissen. »Eher er Wache an mir nimmt«, dachte er bei sich selbst, »muss ich ihm eine Grube graben.« Wer bei anderen eine Grube gräbt, der fällt selbst hinein. Abends, als er Feierabend gemacht hatte und es dämmerig geworden war, schlich er sich zu dem König und sagte, »Ahrr, König, der Schneider ist ein übermütiger Mensch und hat sich vermessen, er wollte die goldene Krone wieder herbeischaffen, die vor alten Zeiten ist verloren gegangen.« »Das sollte mir lieb sein«, sprach der König, ließ den Schneider am anderen Morgen vor sich fordern und befahl ihm, die Krone wieder herbeizuschaffen oder für immer die Stadt zu verlassen. »Ho, ho«, dachte der Schneider, »ein Schelm gibt mir mehr, als er hat. Wenn der moorköpfige König von mir verlangt, was kein Mensch leisten kann, so will ich nicht warten bis morgen, sondern gleich heute wieder zur Stadt hinauswandern.« Er schnürte also sein Bündel. Als er aber aus dem Tor heraus war, so tat es ihm doch leid, dass er sein Glück aufgegeben und die Stadt, in der es ihm so wohlgegangen war, mit dem Rücken ansehen sollte. Er kam zu dem Teich, wo er mit den Enten Bekanntschaft gemacht hatte. Da saß gerade die Alte, die er ihre Jungen gelassen hatte, am Ufer und putzte sich mit dem Schnabel. Sie erkannte ihn gleich und fragte, warum er den Kopf so hängen lasse. »Du wirst dich wundern, wenn du hörst, was mir begegnet ist,« antwortete der Schneider und erzählte ihr sein Schicksal. »Wenn's weiter nichts ist,« sagte die Ente, »da können wir Rat schaffen.« »Die Krone ist ins Wasser gefallen und liegt unten auf dem Grund. Wie bald haben wir sie wieder heraufgeholt?« »Breite nur derweil dein Taschentuch ans Ufer aus.« Und sie tauchte mit ihren Zwölfjungen unter und nach fünf Minuten war sie wieder oben und saß mitten in der Krone, die auf ihren Fittichen ruhte. Und die Zwölfjungen schwammen rundherum, hatten ihre Schnäbel untergelegt und halfen tragen. Sie schwammen ans Land und legten die Krone auf das Tuch. »Du glaubst nicht, wie prächtig die Krone war, wenn die Sonne darauf schien, so glänzte sie wie hunderttausend Karfunkelsteine.« Der Schneider band sein Tuch mit den vier Zipfeln zusammen und trug sie zum König, der in einer Freude war und dem Schneider eine goldene Kette um den Hals hing. Als der Schuster sah, dass der eine Streich misslungen war, so besann er sich auf einen zweiten, trat vor den König und sprach, »Herr König, der Schneider ist wieder so übermütig geworden. Er vermisst sich das ganze königliche Schloss mit allem, was daran ist, los und fest, innen und außen, in Wachs abzubilden.« Der König ließ den Schneider kommen und befahl ihm, das ganze königliche Schloss mit allem, was darin wäre, lose und fest, innen und außen, in Wachs abzubilden. Und wenn er es nicht zustande brächte oder es fehlte nur ein einziger Nagel an der Wand, so sollte er zeitlebens unter der Erde gefangen sitzen. Der Schneider dachte, »Es kommt immer Ärger, das hält kein Mensch aus,« warf sein Bündel auf den Rücken und wanderte fort. Als er an den hohlen Baum kam, setzte er sich nieder und ließ den Kopf hängen. Die Bienen kamen herausgeflogen und der Weisel fragte ihn, ob er einen steifen Hals hätte, weil er den Kopf so schief hielt. »Ach nein,« antwortete der Schneider, »mich drückt etwas anderes.« Und er erzählte, was der König von ihm gefordert hatte. Die Bienen fingen an, untereinander zu summen und zu brunnen und der Weisel sprach, »Geh nur wieder nach Haus, komm aber morgen um diese Zeit wieder und bring ein großes Tuch mit, so wird alles gut gehen.« Da kehrte er wieder um. Die Bienen aber flogen nach dem königlichen Schloss, geradezu in die offenen Fenster hinein, krochen in allen Ecken herum und besahen alles aufs Genaueste. Dann flog sie zurück und bildeten das Schloss in Wachsnach mit einer solchen Geschwindigkeit, dass man meinte, es wüchse einem vor den Augen. Schon am Abend war alles fertig und als der Schneider am folgenden Morgen kam, so stand das ganze prächtige Gebäude da und es fehlte kein Nagel an der Wand und keine Ziegel auf dem Dach. Dabei war es zart und schneeweiß und roch süß wie Honig. Der Schneider packte es vorsichtig in sein Tuch und brachte es dem König. Der aber konnte sich nicht genug verwundern, stellte es in seinem größten Saal auf und schenkte dem Schneider dafür ein großes steinernes Haus. Der Schuster aber ließ nicht nach, ging zum dritten Mal zu dem König und sprach, »Herr König, dem Schneider ist zu Ohren gekommen, dass auf dem Schlosshof kein Wasser springen will. Da hat er sich vermessen, es solle mitten im Hof mannshoch aufsteigen und hell sein wie Kristall.« Da ließ der König den Schneider herbeiholen und sagte, »Wenn nicht morgen ein Strahl von Wasser in meinem Hof springt, wie du versprochen hast, so soll sich der Schafrichter auf demselben Hof um einen Kopf kürzer machen.« Der arme Schneider besann sich nicht lange und eilte zum Tore hinaus. Und weil es ihm diesmal ans Leben gehen sollte, so rollten ihm die Tränen über die Backen herab. Und indem er so voller Trauer dahin ging, kam das Föhn herangesprungen, dem er einmal die Freiheit geschenkt hatte und aus dem ein hübscher Brauner geworden war. »Jetzt kommt die Stunde,« sprach er zu ihm, »wo ich dir deine Guttat vergelten kann. Ich weiß schon, was dir fehlt, aber es soll dir bald geholfen werden. Sitzt nur auf, mein Rücken kann deiner zwei tragen.« Dem Schneider kam das Herz wieder. Es sprang in einem Satz auf und das Pferd rannte in vollem Lauf zur Stadt hinein und geradezu auf den Schlosshof. Da jagte es dreimal rundherum schnell wieder Blitz und beim dritten Mal stürzte es nieder. In dem Augenblick aber krachte es furchtbar. Ein Stück Erde sprang in der Mitte des Hofes wie eine Kugel in die Luft und über das Schloss hinaus und gleich dahinter erhob sich ein Strahl von Wasser so hoch wie ein Mann und Pferd und das Wasser war so rein wie Kristall und die Sonnenstrahlen fingen an, darauf zu tanzen. Als der König das sah, stand er vor Verwunderung auf, ging und umarmte das Schneiderlein im Angesicht aller Menschen. Aber das Glück dauerte nicht lang. Der König hatte Töchter genug, eine immer schöner als die andere, aber keinen Sohn. Da begab sich der boshafte Schuster zum vierten Mal zu dem Könige und sprach, Herr Schuster, der Schneider lässt nicht ab von seinem Übermut, jetzt hat er sich vermessen, wenn er wolle, so könne er dem Herrn König einen Sohn durch die Lüfte herbeitragen lassen. Der König ließ den Schneider rufen und sprach, wenn du mir binnen neun Tagen einen Sohn bringen lässt, so sollst du meine älteste Tochter zur Frau haben. Der Lohn ist freilich groß, dachte das Schneiderlein. Da täte man wohl ein Übriges, aber die Kirschen hängen mir zu hoch. Wenn ich danach steige, so bricht unter mir der Ast und ich falle herab. Er ging nach Haus, setzte sich mit untergeschlagenen Beinen auf seinen Arbeitstisch und bedachte sich, was zu tun wäre. Es geht nicht, rief er endlich aus. Ich will fort, hier kann ich doch nicht in Ruhe leben. Er schnürte sein Bündel und eilte zum Tor hinaus. Als er auf die Wiesen kam, erblickte er seinen alten Freund und den Storch, der da wie ein Weltmeister auf- und abging, zuweilen stillstand, einen Frosch in nähere Betrachtung nahm und ihn endlich verschluckte. Der Storch kam heran und begrüßte ihn. Ich sehe, hob er an, du hast deinen Ranzen auf dem Rücken, warum willst du die Stadt verlassen? Der Schneider erzählte ihm, was der König von ihm verlangt hatte und er nicht erfüllen konnte und jammerte über sein Missgeschick. Lass dir darüber keine grauen Haare wachsen, sagte der Storch. Ich will dir aus der Not helfen. Schon lange bringe ich die Wickelkinder in die Stadt, da kann ich auch einmal einen kleinen Prinzen aus dem Brunnen holen. Geh heim und verhalte dich ruhig. Heut über neun Tage begib dich in das königliche Schloss, da will ich kommen. Und das Schneiderlein ging nach Haus und war zu rechter Zeit in dem Schloss. Nicht lange, so kam der Storch herangeflogen und klopfte ans Fenster. Der Schneider öffnete ihn und fetter Langbein stieg vorsichtig herein, und ging mit gravitätischen Schritten über den glatten Marmorboden. Er hatte aber ein Kind im Schnabel, das schön wie ein Engel und seine Händchen nach der Königin ausstreckte. Er legte sie auf den Schoß und sie herzte und küsste es und ward vor Freude außer sich. Der Storch nahm, bevor er wieder wegflog, seine Reisetasche von der Schulter herab und überreichte sie der Königin. Es steckten Düten darin mit bunten Zuckererbsen, sie wurden unter die kleinen Prinzessinnen verteilt. Die Älteste aber erhielt nichts, sondern bekam den lustigen Schneider zum Manne. Es ist mir gerade so, sprach der Schneider, als wenn ich das große Los gewonnen hätte. Meine Mutter hatte doch recht, die sagte immer, wer auf Gott vertraut und nur Glück hat, dem kann's nicht fehlen. Der Schuster musste die Schuhe machen, in welchen das Schneiderlein auf dem Hochzeitsfest tanzte. Hernach ward ihm befohlen, die Stadt auf immer zu verlassen. Der Weg nach dem Wald führte ihn zu dem Galgen. Von Zorn, Wut und der Hitze des Tages ermüdet, warf er sich nieder. Als er die Augen zumachte und schlafen wollte, stürzten die beiden Krähen von den Köpfen der Gehengten mit lautem Geschrei herab und hackten ihm die Augen aus. Unsinnig rannte er in den Wald und musste darin verschmachtet sein, denn es hat ihn niemand wieder gesehen oder etwas von ihm gehört. Die Kinder in Hungersnot Es war einmal eine Frau mit ihren zwei Töchtern in solche Armut geraten, dass sie auch nicht ein bisschen Brot mehr in den Mund zu stecken hatten. Wie nun der Hunger bei ihnen so groß ward, dass die Mutter ganz außer sich und in Verzweiflung geriet, sprach sie zu der Ältesten, Ich muss dich töten, damit ich etwas zu essen habe. Die Tochter sagte, Ach, liebe Mutter, schont meiner, ich will ausgehen und sehen, dass ich etwas zu essen kriege, ohne Bettelei. Da ging sie aus, kam wieder und hatte ein Stückchen Brot eingebracht. Das aßen sie miteinander, aber es war zu wenig, um den Hunger zu stillen. Darum hub die Mutter zur anderen Tochter an. So, du musst ran. Sie antwortete aber, Ach, liebe Mutter, schont meiner, ich will gehen und unbemerkt etwas zu essen anderswo ausbringen. Da ging sie hin, kam wieder und hatte zwei Stückchen Brot eingebracht. Das aßen sie miteinander, es war aber zu wenig, um den Hunger zu stillen. Darum sprach die Mutter nach etlichen Stunden abermals zu ihnen, Ihr müsstet doch sterben, denn wir müssen sonst verschmachten. Darauf antworteten sie, Liebe Mutter, wir wollen uns niederlegen und schlafen und nicht eher wieder aufstehen, bis der jüngste Tag kommt. Da legten sie sich hin und schliefen einen tiefen Schlaf, aus dem niemand sie erwecken konnte. Die Mutter aber ist weggekommen und es weiß kein Mensch, wo sie geblieben ist. Der undankbare Sohn Es saß einmal ein Mann mit seiner Frau vor der Haustür und sie hatten ein gebratenes Huhn vor sich stehen und wollten das zusammen verzehren. Da sah der Mann, wie sein alter Vater daherkam und geschwind nahm er das Huhn und versteckte es, weil er ihm nichts davon gönnte. Der Alte kam, tat einen Trunk und ging fort. Nun wollte der Sohn das gebratene Huhn wieder auf den Tisch tragen, aber als er danach griff, war es eine große Kröte geworden, die sprang ihm ins Gesicht und saß da und ging nicht wieder weg. Und wenn sie jemand weg tun wollte, sah sie ihn giftig an, als wollte sie ihm ins Angesicht springen, so dass sie keiner anzurühren getraute. Und die Kröte musste der undankbare Sohn alle Tage füttern, sonst fraß sie ihm aus seinem Angesicht. Und also ging er ohne Ruhe in der Welt hin und her. Auf eine Zeit lebte eine Blutwurst und eine Leberwurst in Freundschaft und die Blut bat die Leberwurst zu Gast. Wie es Essenszeit war, ging die Leberwurst auch ganz vergnügt zu der Blutwurst, aber als sie in die Haustüre trat, sah sie allerlei wunderliche Dinge. Auf jeder Stiege der Treppe, deren viele waren, immer etwas anderes. Da war ein Besen und eine Schippe, die sich miteinander schlugen, dann ein Affe mit einer großen Wunder am Kopf und dergleichen mehr. Die Leberwurst war ganz erschrocken und bestürzt darüber, doch nahm sie sich ein Herz, trat in die Stube und wurde von der Blutwurst freundschaftlich empfangen. Die Leberwurst hob an, sich nach den seltsamen Dingen zu erkundigen, die draußen auf der Treppe wären. Die Blutwurst tat aber, als hörte sie es nicht oder als sei es nicht der Mühe wert, davon zu sprechen oder sie sagte etwa von der Schippe und dem Besen, es wird meine Magd gewesen sein, die auf der Treppe mit jemand geschwätzt hat. Und sie brachte die Rede auf etwas anderes. Die Blutwurst ging darauf hinaus und sagte, sie müsse in der Küche nach dem Essen sehen, ob alles ordentlich angerichtet werde und nichts in die Asche geworfen. Wie die Leberwurst derweil in der Stube auf und ab ging und immer noch die wunderlichen Dinge im Kopf hatte, kam jemand, ich weiß nicht, wer es gewesen ist, herein und sagte, »Ich warne dich, Leberwurst, du bist in einer Blut- und Mörderhöhle, mach dich eilig fort, wenn dir dein Leben lieb ist.« Die Leberwurst besann sich nicht lang, schlich zur Tür hinaus und lief, was sie konnte. Sie stand auch nicht eher still, bis sie aus dem Haus mitten auf der Straße war. Da blickte sie sich um und sah die Blutwurst oben im Bodenloch stehen mit einem langen, langen Messer, das blinkte, als wäre es frisch gewetzt. Und damit drohte sie und rief herab, »Hätt ich dich, so wollte ich dich!« Der liebste Roland Es war einmal eine Frau, die war eine rechte Hexe und hatte zwei Töchter, eine hässlich und böse und die liebte sie, weil sie ihre rechte Tochter war. Und eine schön und gut, die hasste sie, weil sie ihre Stieftochter war. Zu einer Zeit hatte die Stieftochter eine schöne Schürze, die der anderen gefiel, sodass sie neidisch war und ihrer Mutter sagte, sie wollte und müsste, diese Schürze haben. »Sei still, mein Kind,« sprach die Alte, »du sollst sie auch haben.« »Deine Stiefschwester hätte längst den Tod verdient. Heute Nacht, wenn sie schläft, so komme ich und haue ihr den Kopf ab. Sorge du nur, dass du hinten ins Bett zu liegen kommst und schiebst sie recht vorne hin.« Um das arme Mädchen wäre es geschehen gewesen, wenn es nicht gerade in einer Ecke gestanden und alles mit angehört hätte. Es durfte den ganzen Tag nicht zur Türe hinaus und als Schlafenszeit gekommen war, musste es zuerst ins Bett steigen, damit sie sich hinten hinlegen konnte. Als sie aber eingeschlafen war, da schob es sie sachte vorne hin und nahm den Platz hinten an der Wand. In der Nacht kam die Alte geschlichen. In der rechten Hand hielt sie eine Axt. Mit der linken fühlte sie erst, ob auch jemand vorne lag. Und dann fasste sie die Axt mit beiden Händen hieb und hieb ihrem eigenen Kinder den Kopf ab. Als sie fortgegangen war, stand das Mädchen auf und ging zu seinem Liebsten, der Roland hieß, und klopfte an seine Türe. Als er herauskam, sprach sie zu ihm, »Höre, liebster Roland, wir müssen eilig flüchten. Die Stiefmutter hat mich totschlagen wollen, hat aber ihr eigenes Kind getroffen. Kommt der Tag und sie sieht, was sie getan hat, so sind wir verloren. Aber ich rate dir, sagte Roland, dass du erst ihren Zauberstab wegnimmst, sonst können wir uns nicht retten, wenn sie uns nachsetzt und verfolgt. Das Mädchen holte den Zauberstab und dann nahm es den toten Kopf und tröpfelte drei Blutstropfen auf die Erde. Ein Vorsbett, einen in die Küche und einen auf die Treppe. Darauf eilte es mit seinem Liebsten fort. Als nun am Morgen die alte Hexe aufgestanden war, rief sie ihre Tochter und wollte ihr die Schürze geben, aber sie kam nicht. Da rief sie, »Wo bist du?« »Ei, hier auf der Treppe, da kehre ich,« antwortete der eine Blutstropfen. Die Alte ging hinaus, sah aber niemand auf der Treppe und rief abermals, »Wo bist du?« »Ei, hier in der Küche, da wärme ich mich,« rief der zweite Blutstropfen. Sie ging in die Küche, aber sie fand niemand. Da rief sie noch einmal, »Wo bist du?« »Ach, hier im Bette, da schlafe ich,« rief der dritte Blutstropfen. Sie ging in die Kammer ans Bett. Und was sah sie da? Ihr eigenes Kind, das in seinem Blute schwamm und dem sie selbst den Kopf abgehauen hatte. Die Hexe geriet in Wut, sprang ans Fenster und da sie weit in die Welt schauen konnte, erblickte sie ihre Stieftochter, die mit ihrem liebsten Roland forteilte. »Das soll euch nichts helfen,« rief sie, »wenn ihr auch schon weit weg seid, ihr entflieht mir doch nicht.« Sie zog ihre Meilenstiefel an, in welchen sie mit jedem Schritt eine Stunde machte. Und es dauerte nicht lange, so hatte sie beide eingeholt. Das Mädchen aber, wie es die Alte daher schreiten sah, verwandelte mit dem Zauberstab seinen liebsten Roland in einen See, sich selbst aber in eine Ente, die mitten auf dem See schwamm. Die Hexe stellte sich ans Ufer, warf Brotbrocken hinein und gab sich alle Mühe, die Ente herbeizulocken. Aber die Ente ließ sich nicht locken und die Alte musste abends unverrichteter Sache wieder umkehren. Darauf nahm das Mädchen mit seinem liebsten Roland wieder die natürliche Gestalt an und sie gingen die ganze Nacht weiter bis zu Tagesanbruch. Da verwandelte sich das Mädchen in eine schöne Blume, die mitten in einer Dornenhecke stand, seinen liebsten Roland aber in einen Geigenspieler. Nicht lange, so kam die Hexe herangeschritten und sprach zu dem Spielmann, Lieber Spielmann, darf ich mir wohl die schöne Blume abbrechen? Oh ja, antwortete er, ich will dazu aufspielen. Als sie nun mit Hast in die Ecke kroch und die Blume brechen wollte, denn sie wusste sehr wohl, wer die Blume war, so fing er an aufzuspielen. Und sie, mochte sie wollen oder nicht, sie musste tanzen, denn es war ein Zaubertanz. Je schneller er spielte, desto gewaltigere Sprünge musste sie machen und die Dornen rissen ihr die Kleider vom Leibe, stachen sie blutig und wund und da er nicht aufhörte, musste sie so lange tanzen, bis sie totliegen blieb. Als sie nun erlöst waren, sprach Roland, nun will ich zu meinem Vater gehen und die Hochzeit bestellen. So will ich derweil hierbleiben, sagte das Mädchen, und auf dich warten und damit mich niemand erkennt, will ich mich in einen roten Feldstein verwandeln. Da ging Roland fort und das Mädchen stand als ein roter Stein auf dem Felde und wartete auf seinen Liebsten. Als aber Roland heimkam, geriet er in die Fallstricke einer anderen, die es dahin brachte, dass er das Mädchen vergaß. Das arme Mädchen stand lange Zeit da, als er aber endlich gar nicht wiederkam, so ward es traurig und verwandelte sich in eine Blume und dachte, es wird ja wohl einer dahergehen und mich umtreten. Es trug sich aber zu, dass ein Schäfer auf dem Felde seine Schafe hütete und die Blume sah und weil sie so schön war, so brach er sie ab, nahm sie mit sich und legte sie in seinen Kasten. Von der Zeit ging es wunderlich in des Schäfers Hause zu. Wenn er morgens aufstand, so war schon alle Arbeit getan. Die Stube war gekehrt, Tisch und Bänke abgeputzt, Feuer auf dem Herd gemacht und Wasser getragen. Und mittags, wenn er heimkam, war der Tisch gedeckt und ein gutes Essen aufgetragen. Er konnte nicht begreifen, wie das zuging, denn er sah niemals einen Menschen in seinem Haus und es konnte sich auch niemand in der kleinen Hütte versteckt haben. Die gute Aufwartung gefiel ihm freilich, aber zuletzt ward ihm doch Angst, so dass er zu einer weisen Frau ging und sie um Rat fragte. Die weise Frau, die sprach, »Es steckt Zauberei dahinter. Gib einmal morgens in aller Frühe acht, ob sich etwas in der Stube regt. Und wenn du etwas siehst, es mag sein, was es will, so wirf schnell ein weißes Tuch darüber, dann wird der Zauber gehemmt.« Der Schäfer tat, wie sie gesagt hatte und am anderen Morgen, eben als der Tag anbrach, sah, wie sich der Kasten auftat und die Blume herauskam. Schnell sprang er hinzu und warf ein weißes Tuch darüber. Alsbald war die Verwandlung vorbei und ein schönes Mädchen stand vor ihm, das bekannte ihm, dass es die Blume gewesen wäre und seinen Haushalt bisher besorgt hätte. Es erzählte ihm sein Schicksal und weil es ihm gefiel, fragte er es, ob es ihn heiraten wollte. Aber es antwortete, »Nein!« Denn es wollte seinem liebsten Roland, obgleich er es verlassen hatte, doch treu bleiben. Aber es versprach, dass es nicht weggehen, sondern ihm fernerhin haushalten wollte. Nun kam die Zeit heran, dass Roland Hochzeit halten sollte. Da ward nach altem Brauch im Lande bekannt gemacht, dass alle Mädchen sich einfinden und zu Ehren des Brautpaares singen sollten. Das treue Mädchen, als es davon hörte, ward so traurig, dass es meinte, das Herz im Leib würde ihm zerspringen. Und es wollte nicht hingehen, aber die anderen kamen und holten es herbei. Wenn aber die Reihe kam, dass es singen sollte, so trat es zurück, bis es allein noch übrig war. Da konnte es nicht anders. Aber wie sein Gesang anfing und er zu Rolands Ohren kam, so sprang er auf und rief, »Die Stimme kenne ich, das ist die rechte Braut, eine andere begehe ich nicht.« Und alles, was er vergessen hatte und ihm aus dem Sinn verschwunden war, das war plötzlich in sein Herz wieder heimgekommen. Da hielt es treue Mädchen Hochzeit mit seinem liebsten Roland und war sein Leid zu Ende und fing seine Freude an. Märchen von der Unke Es war einmal ein kleines Kind, dem gab seine Mutter jeden Nachmittag ein Schüsselchen mit Milch und Wegbrocken und das Kind setzte sich damit hinaus in den Hof. Wenn es aber anfing zu essen, so kam die Hausunke aus einer Mauerritze hervorgekrochen, senkte ihr Köpfchen in die Milch und aß mit. Das Kind hatte seine Freude daran und wenn es mit seinem Schüsselchen so da saß und die Unke kam nicht gleich herbei, so rief es ihr zu, »Unke, Unke, komm geschwind, komm herbei, du kleines Ding, sollst dein Bröckchen haben, an der Milch dich laden.« Da kam die Unke gelaufen und ließ es sich gut schmecken. Sie zeigte sich auch dankbar, denn sie brachte dem Kind aus ihrem heimlichen Schatz allerlei schöne Dinge, glänzende Steine, Perlen und goldene Spielsachen. Die Unke trank aber nur Milch und ließ die Brocken liegen. Da nahm das Kind einmal sein Löffelchen, schlug ihr damit sanft auf den Kopf und sagte, »Ding, ist auch Brocken!« Die Mutter, die in der Küche stand, hörte, dass das Kind mit jemandem sprach und als sie sah, dass es mit seinem Löffelchen nach einer Unke schlug, so lief sie mit einem Scheit Holz heraus und tötete das gute Tier. Von der Zeit an ging eine Veränderung mit dem Kinde vor. Es war, solange die Unke mit ihm gegessen hatte, groß und stark geworden, jetzt aber verlor es seine schönen roten Backen und magerte ab. Nicht lange so fing in der Nacht der Totenvogel an zu schreien und das Rotkehlchen sammelte Zweiglein und Blätter zu einem Totenkranz und bald hernach lag das Kind auf der Bar. Frau Trude Es war einmal ein kleines Mädchen, das war eigensinnig und vorwitzig und wenn ihm seine Eltern etwas sagten, so gehorchte es nicht. Wie konnte es dem gut gehen? Eines Tages sagte es zu seinen Eltern, Ich habe so viel von der Frau Trude gehört, ich will einmal zu ihr hingehen. Die Leute sagen, es sehe so wunderlich bei ihr aus und erzählen, es seien so seltsame Dinge in ihrem Hause, da bin ich ganz neugierig geworden. Die Eltern verboten ist ihr streng und sagten, die Frau Trude ist eine böse Frau, die gottlose Dinge treibt und wenn du zu ihr hingehst, so bist du unser Kind nicht mehr. Aber das Mädchen kehrte sich nicht an das Verbot seiner Eltern und ging doch zur Frau Trude. Und als es zu ihr kam, fragte die Frau Trude, Warum bist du so bleich? Ach, antwortete es und zitterte am Leibe. Ich habe mich so erschrocken über das, was ich gesehen habe. Was hast du gesehen? Ich sah auf eurer Stiege einen schwarzen Mann. Das war ein Köhler. Dann sah ich einen grünen Mann. Das war ein Jäger. Danach sah ich einen blutroten Mann. Das war ein Metzger. Ach, Frau Trude, mir grauste, ich sah durchs Fenster und sah euch nicht, wohl aber den Teufel mit feurigem Kopf. Ach, sagte sie, so hast du die Hexin ihrem rechten Schmuck gesehen. Ich habe schon lange auf dich gewartet und nach dir verlangt. Du sollst mir leuchten. Da verwandelte sie das Mädchen in ein Holzblock und warf ihn ins Feuer. Und als er in voller Glut war, setzte sie sich daneben, wärmte sich daran und sprach, das leuchtet einmal hell. Der Ockerloh Eine Königin setzte ihr Kind in einer goldenen Wiege aufs Meer und ließ es fortschwimmen. Es ging aber nicht unter, sondern schwamm zu einer Insel, da wohnten lauter Menschenfresser. Wie nun so die Wiege geschwommen kam, stand gerade die Frau des Menschenfressers am Ufer. Und als sie das Kind sah, welches ein wunderschönes Mädchen war, beschloss sie es, großzuziehen für ihren Sohn. Der sollte es einmal zur Frau haben. Doch hatte sie große Not damit, dass sie es sorgfältig vor ihrem Mann, dem alten Okerloh versteckte, denn hätte er es zu Gesicht bekommen, so wäre es mit Haut und Haar aufgefressen worden. Als nun das Mädchen groß geworden war, sollte es mit dem jungen Okerloh verheiratet werden. Es mochte ihn aber gar nicht leiden und weinte den ganzen Tag. Wie ich so einmal am Ufer saß, da kam ein schöner junger Prinz geschwommen, der gefiel ihm und es gefiel ihm auch und sie versprachen sich miteinander. In dem aber kam die alte Menschenfresserin, die wurde gewaltig böse, dass sie den Prinzen bei der Braut ihres Sohnes fand und kriegte ihn gleich zu packen. Wart nur, du sollst Der junge Prinz, das Mädchen und die drei Kinder des Okerlo schliefen aber alle in einer Stube zusammen. Und wie es nun Nacht wurde, kriegte der alte Okerlo Lust nach Menschenfleisch und sagte, Frau, ich habe nicht Lust, bis zur Hochzeit zu warten, gib mir den Prinzen nur gleich her. Das Mädchen aber hörte alles durch die Wand. Stand geschwind auf, nahm dem einen Kind des Okerlo die goldene Krone ab, die es auf dem Haupte trug, und setzte sie dem Prinzen auf. Die alte Menschenfresserin kam gegangen, und weil es dunkel war, so fühlte sie an den Häuptern, und das, welches keine Krone trug, brachte sie dem Mann, der es augenblicklich aufaß. Indessen wurde dem Mädchen Himmel Angst, es dachte, bricht der Tag an, so kommt alles heraus und es wird uns schlimm gehen. Da stand es heimlich auf und holte einen Meilenstiefel, eine Wünschelrute und einen Kuchen mit einer Bohne, die auf alles Antwort gab. Nun ging sie mit dem Prinzen fort, sie hatten den Meilenstiefel an und mit jedem Schritt machten sie eine Meile. Zuweilen fragten sie die Bohne, Bohne, bist du auch da? Ja, sagte die Bohne, da bin ich, eilt euch aber, denn die alte Menschenfresserin kommt nach, im anderen Meilenstiefel, der dort geblieben ist. Da nahm das Mädchen die Wünschelrute und verwandelte sich in einen Schwan, den Prinzen in einen Teich, worauf der Schwan schwamm. Die Menschenfresserin kam und lockte den Schwan ans Ufer. Allein gelang es ihr nicht und verdrieslich ging sie heim. Das Mädchen und der Prinz setzten ihren Weg fort. Bohne, bist du da? Ja, sprach die Bohne. Hier bin ich, aber die alte Frau kommt schon wieder. Der Menschenfresser hat ihr gesagt, warum sie sich habe anführen lassen. Da nahm das Mädchen den Stab und verwandelte sich und den Prinzen in eine Staubwolke, wodurch die Frau Okerloh nicht dringen konnte. Also kehrte sie unverrichteter Sache wieder um und die anderen setzten ihren Weg fort. Bohne, bist du da? Ja, hier bin ich, aber ich sehe die Frau Okerloh noch einmal kommen und gewaltige Schritte macht sie. Das Mädchen nahm zum dritten Mal den Wünschelstab und verwandelte sich in einen Rosenstock und den Prinzen in eine Biene. Da kam die alte Menschenfresserin, erkannte sie in dieser Verwandlung nicht und ging wieder heim. Allein nun konnten die zwei ihre menschliche Gestalt nicht wieder annehmen, weil das Mädchen das letzte Mal in der Angst den Zauberstab zu weit weggeworfen. Sie waren aber schon so weit gegangen, dass der Rosenstock in einem Garten stand. Der gehörte der Mutter des Mädchens. Die Biene saß auf der Rose und wer sie abbrechen wollte, den stach sie mit ihrem Stachel. Einmal geschah es, dass die Königin selber in ihren Garten ging und die schöne Blume sah, worüber sie sich so wunderte, dass sie sie abbrechen wollte. Aber Bienchen kam und stach sie so stark in die Hand, da musste sie die Rose fahren lassen, doch hatte sie schon ein wenig davon eingerissen. Da sah sie das Blut aus dem Stängel quoll, ließ eine Fee kommen, damit sie die Blume entzauberte. Da erkannte die Königin ihre Tochter wieder und ward von Herzen froh und vergnügt. Es wurde aber eine große Hochzeit angestellt, eine Menge Gäste kamen und die kamen in prächtigen Kleidern und tausend Lichter flimmerten im Saal und es wurde gespielt und getanzt bis zum hellen Tag. Bist du auch auf der Hochzeit gewesen? Ja, wohl bin ich drauf gewesen. Mein Kopfputz war von Butter, da kam ich in die Sonne und der ist mir abgeschmolzen. Mein Kleid war von Spinnweb, da kam ich durch die Dornen, die rissen es mir ab. Meine Pantoffel waren von Glas, da trat sprang sie entzwei. Das war der nächste Teil der gruseligen Märchen der Brüder Grimm. Wenn sie dir gefallen haben und du meinen Kanal unterstützen möchtest, lass mir gerne ein Abo, einen Daumen hoch oder einen Kommentar da. Wenn du magst, hören wir uns bald wieder. Aber jetzt schlaf gut.